Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Teach. Jetzt war lange Zeit Pause. Heute habe ich mir gedacht, zeige ich mal, wie man eine Privatbriefvorlage Schritt für Schritt erstellt. Ich habe jetzt hier schon mal ein leeres Word-Dokument aufgemacht. Und das Erste, was wir hier einstellen müssen, sind hier die Seitenränder. Das geht unter Layout, Seitenränder. Und hier können wir leider nichts brauchen für unsere Einstellungen. Das heißt, hier brauchen wir die benutzerdefinierten Seitenränder. Oben haben wir 5 cm, unten 1 cm, links 2,5 cm, das passt schon. Und rechts haben wir 2 cm. Und dann sagen wir OK. So, jetzt rutscht das hier nach unten. Das hat den Grund, damit hier in der Kopfzeile, die jetzt etwas größer geworden ist, dann der Absender Platz hat. Hier kommt man rein, indem man hier doppelklickt und dann kann man hier seinen Absender schon mal schreiben. Also. 25 cm. So, OK. Dann haben wir noch eine Telefonnummer. Gehört hier dazu. Abkürzen, Punkt, Doppelpunkt und dann irgendeine Fake-Nummer. Könnt ihr euch auch irgendeine aussuchen. Hier wird Datenschutz einfach da groß geschrieben. So, den Absender, den kann man entweder linksbündig lassen oder man sagt, OK, mittig oder rechtsbündig. Mir gefällt es so eigentlich am besten. Man könnte hier sogar noch mit Linien arbeiten. Hier ist man in der Gestaltung dann etwas freier. OK. Hier gehen wir wieder raus aus der Kopfzeile. Doppelklick. Und hier sind wir jetzt praktisch im Brief selber drin. Allerdings müssen wir jetzt noch Folgendes umstellen. Wenn man hier schaltet, dann fällt auf, dass der Zeilenabstand ein ganz anderer ist. Der Zeilenabstand ist standardmäßig auf 8 Punkte. Danach eingestellt. Das stellen wir mal auf 0. Und hier der Zeilenabstand mehrfach. Den stellen wir auf einfach. Sagen OK. Und hier haben wir dann den einfachen Zeilenabstand. Was hier ganz gute Hilfe ist, ist, wenn man hier unter Layout die Zeilennummern einschaltet. Wenn man hier draufklickt, fortlaufend. Und dann sieht man immer, in welcher Zeile man sich befindet. Aufpassen, nicht zu verwechseln mit der Nummerierung. Das könnte ich zusätzlich machen, wenn ich hier die Nummerierung mache und die Zeilennummern weg. Na, mag er nicht. Ach so, ich muss ja da einen Text stehen haben und nur das nummeriert er dann. Und das ist hier natürlich was anderes als diese Zeilennummern. Ja, also bitte hier nicht verwechseln mit dieser Funktion hier. Gut. Was hier ganz praktisch wäre, ist, wenn man eine Lochmarke noch setzt. Das heißt, Lochmarke ist so ein kleiner Strich, wo man dann praktisch den Papierbogen an den Locher ansetzen kann, da wo der Locher den Pfeil hat. Ich gehe mal wieder in die Kopfzeile rein. Das hat jetzt den Vorteil, dass dann diese Lochmarke, dass man die nicht anwählen oder aus Versehen löschen kann. Ich brauche hier eine einfache Linie, setze ich hier einfach mal so rein und dann werde ich die mal genauer bestimmen. Einmal von der Größe her. Das heißt, Höhe 0 hat also genau waagrecht, falls jetzt hier irgendwas steht. Also zum Beispiel 0,1. Dann ist das natürlich hier ein bisschen schräg, das Element. Also am besten hier auf 0 stellen. So, Länge ist 0,6. Dann haben wir das schon mal so lang. Und jetzt müssen wir noch die Position genau festlegen. Und hier sagen wir einfach, von der Seite ausgehend ist also von diesem Rand hier ist das Ganze 0,6. Entfernt. Ja, dann hupft das also hier rüber. 0,6 entfernt. Und dann weitere Positionsangabe ist dann praktisch von wieder Seite genau die Mitte. So, jetzt muss man wissen, Word-Dokument hat 29,7. Das heißt, wir haben hier einen Abstand von 14,85. So, jetzt ist es verschwunden. Aber da unten ist es. Ich gehe mal hier raus aus der Kopfzeile. Mach das Ganze kleiner. Und hier, das müsste eigentlich jetzt genau die Mitte sein. Und genau an diesem kleinen Strich, den legt man dann am Locher so an, dass der genau auf dem Pfeil zeigt. Und dann kann man hier genau in der Mitte lochen. So, dann kommen wir zu unseren Briefbestandteilen. Also hier in den ersten drei Zeilen, jetzt sind die Absätze verschwunden, die wir vorher eingestellt haben. Also nochmal alles markieren. Dann die Absätze hier auf Nullpunkte einfach stellen. So, und dann müsste das jetzt passen. Also hier kommt die Empfängeranschrift hin. Ab der Zeile 12 kommt das Datum hin. Das Datum ist allerdings rechtsbündig. So, dann haben wir den Betreff in der Zeile 15. Zeile 18, Anrede. Und Zeile 20 beginnt dann der Brieftext. So, der Brieftext, der kann ewig lang sein. Brieftext. Brieftext. Und hier kann man dann in den nachfolgenden Elementen, also Grußformel, also zum Beispiel freundliche Grüße, da kann man dann nicht sagen, freundliche Grüße ist in der Zeile 24, sondern hier achtet man halt drauf, dass hier eine Leerzeile zwischen Brieftext und Grußformel stattfindet. Ja, also das könnte hier noch ewig weitergehen, dann wäre halt freundliche Grüße, würde in der Zeile 25 zum Beispiel stehen. Alles, was hier oben ist, das hier ist fest. Also Empfänger beginnt in der Zeile 4, das Datum beginnt immer in der Zeile 12, Betreff auch, Zeile 15, 18 ist die Anrede und ab der Zeile 20 beginnt dann der eigentliche Brieftext. So, das Ganze speichert man am besten unter Briefvorlage und dann kann man dieses Dokument immer wieder hernehmen und bevor man den Brief ausdruckt, kann man natürlich auch hier entsprechend die Zeilennummern wieder ausblenden. Dann hat man die hier nicht drin und kann den Brief dann entsprechend verschicken. Okay. Ja, dann wollen wir so eine Briefvorlage mal ausfüllen. Hier ist es wichtig, dass die einzelnen Positionen des Briefes an der gleichen Stelle stehen bleiben. Also wenn ich hier mit dem Empfänger beginne, schreiben wir mal Herrn Notar. So, hier ist wichtig, wenn ich eine Zeilenschaltung mache, wäre jetzt das Datum in Zeile 13. Also hier bitte keine Zeilenschaltung, sondern einfach hier runter mit dem Maus hinklicken oder mit dem Pfeiltasten. Oder wenn man dann nach unten schaltet, halt einfach die Zeile wieder löschen, damit hier die Zeile 12, 15, 18, 20, damit diese Briefbestandteile in dieser Zeile bleiben. So, dann schreiben wir mal, Werner Petersen, Pfeiltaste nach unten, Frankenstraße 4. Dann brauchen wir noch eine Postleitzahl. So. Okay. Überprüfen. 12 Datum. Schauen wir das Datum. Hauen wir denn heute. Dann der Betreff. Entweder so weglöschen. Oder dann entsprechend Doppelklick drauf und dann. Und dann einfach überschreiben. So, wichtig ist, aufpassen, Komma, klein weiterschreiben oder Ausrufezeichen groß weiterschreiben. Hier den Block, den markiere ich mal. So, ein Satz hat mein Brief, um das Ganze abzukürzen. Und hier haben wir gesagt, eine Leerzeile, dann freundliche Grüße und fertig ist unser sehr kurzer Brief. Und dann kommt's das Ganze abgesch implications. Dann muss ich mal überprüfen, overhe nieuwsstecke hier. Aber dann wird dann in der위hautzen drin. Und da geht auch mit denen,